hallo und herzlich willkommen bei einem neuen let's play hier auf meinem kanal heute spielen wir rise of the tomb raider ja und ich starte mal das spiel ich bin gerade im live stream nicht wundern wenn ich hier ab und zu mal mit mit menschen rede ja genau neues spiel und los geht's also ja schwierigkeitsgrad tomb raider ausbalanciert finde ich ganz gut so und jetzt geht's los was lässt jemanden die grenzen der menschlichen erfahrung überschreiten sich dem unbekannten stellen als kinder stellen wir die welt um uns in frage wir lernen wir akzeptieren und dabei verlieren wir die fähigkeit zu staunen aber einige nicht die forscher die wahrheit suchenden es sind diese pioniere welche die zukunft der menschheit formen die anderen sie hören auf kein geld der welt wird sie durch diese berge kriegen die verlorene stadt ist irgendwo da oben wird eine höllische kletterpartie ich werde nicht umkehren ich weiß du solltest hier bleiben bei ihnen keine chance du bist fast da warte bist du da siehst laura nimm meine hand sieh dir das an fantastisch aber der schnee der von den spitzen kommt sieht nicht gut aus das so der weg führt den berg auf vom gipfel aus werden wir einen guten glick auf das tal haben ok lass uns vorsichtig sein hat er die grafik ne ich liebe es jetzt schon dieser wind ist wahnsinn wir müssen einfach weiter wahrscheinlich genau deswegen wegen dem schnee auf den bergen wahrscheinlich hat er schon gesehen dass sie ganz schön sind wenn man sich mal so überlegt hier wirklich lang laufen auf so einem bergkamm du hast den halb verloren der berg hat ein hat ein stück verloren oder zumindest der schnee ist gut bewegen bewegen sie kanten entlang ok er gedrückt ok ok ja ist ja kein problem hier für uns guck mal da sind wir doch schon wieder ähm mhm mhm ok 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 dann einfach hoch alles klar alles klar das sieht ja ganz gut aus hier das machen wir doch mit links das machen wir doch mit links ja gut ich muss rüberspringen ich muss rüberspringen ich muss rüberspringen ok jetzt nimm meine hand machen wir ja ich hab dich shit laura du verpasst mir noch einen herzinfarkt ja ja da wird man ja gleich richtig rein da müssen wir wohl durch 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 da müssen wir bleiben falls das wetter uns stinkt das ist gut ähm kameraführung ja wenn ich eine verlorene stadt verstecken wollte würde ich mir außer einen gott verlassenen ort aussuchen ja ja hoffentlich ist trinity uns nicht bevor gekommen sicher der sturm kommt näher wir haben höchstens ein paar stunden das sollte uns reichen wir sind fast am gipfel wahnsinn so und ich gehe jetzt vor oder wie ok gut gehen wir halt vor ne was solls was meinst du wir sind nah an etwas dran ich kann es fühlen nach das letzte stück bis nach oben alles klar mal sehen was da oben ist erstmal festgeschneidt das heißt wenn er fällt reißt er sie mit ok ok von hier müssen wir klettern ach das noch was bereit legen wir los nein ich bin nicht bewältet so kommt der ok okay ja hier rum jetzt erlebt mit ihnen hier als anhängsel jetzt geht wieder festhaken okay das kriegen wir schon irgendwie hin der kommt daher denke ich jetzt einfach mal ich schaffe das du bist ja sehr optimistisch frau ich bin mir nicht so sicher auf die wirtschaften machen wir müssen wir jetzt hier müssen wir rum da müssen wir ja da zieht nicht gut aus wie viel kraftaufwand das sein muss ich hab dich klar kannst du mich hören ich zieh dich wieder rauf klappt ja super da drüben schnell mich zur anderen seite dann schwing mal komm einmal musst du noch jetzt haben wir richtig schwung guck mal wie jetzt ja ist ja schön aber wir haben noch nicht genug schwung jetzt haben wir jetzt sind wir da so und jetzt macht der zeit fest auch das noch und ich hasse ja sowas okay da ist das seil oh gott der boden hier gibt nach oh gott oh gott oh gott wahrscheinlich hier gleich einhaken und runterrutschen oh gott Ich fasse mir das. Aiii 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 Uiuiuiuiui Nein 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 Okay Okay Okay